Was ist das bitte? So stellt man sich doch eine alte Schreinerei vor. Wahnsinn! Das ist die verrückteste Werkstatt, die wir, glaube ich, je bei LignerTV hatten. Man denkt jetzt erstmal, oh, die sieht aber aus. Ich würde sehr gerne da arbeiten. Absolut emotional. Diese alten Maschinen, so verrückt sie aussehen. Aber es ist einfach absolut mega cool.